Ja, ihr könnt hitten. Ihr könnt hitten. Das ist aber okay. Jogi, er soll hier was kaputt machen. Ja, das ist gut, das ist gut. Komm mehr zu mir. Ja, das ist gut. Ja, stark, stark, stark. Der ist gleich wie die... Ja, super. Der macht super kaputt. Ja, ja. Oh, sehr schön. Das ist stark, das ist stark. Mili, Mili. Wir sind zu schnell, oder? Wir sind zu schnell. Zu schnell, zu schnell. Stop, stop, stop. Jetzt auf Rosti. Rosti, kannst du hier hoch? Geht das? Wo? Ja, ja. Warte, ich mach dir Wasser im Nutzern. Ja, Wasser bitte. Wasser ist da. Jogi, der schwimmt einfach mit hoch. So, hier die Stelle noch ein bisschen kaputt machen. Das wäre geil. Andere Seite, an die Seite. So, 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 so. Ich weiß, hier lang, hier lang. Sehr gut. Pass auf, die Papagei. Ich habe Papagei dabei. Nein, da laufen. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Hier hoch, hier hoch. Sehr gut, sehr gut. Komm mit, komm mit. Heiko, das ist super. Ja, wo bist du? Der kann krass sein, oder? Tschüss, da sind vier einander. Oh, der war auch stark, Vini, der war auch stark. Heiko, was machst du da? Der Pfeiler muss weg. Denk dann die Statik, nicht, dass das ganze Teil einbricht. Freunde, ist das TNT hier absichtlich? Welches TNT? Hier oben sind sie, hier sind sie. Was, hier sind voll viele. Das fliegt alles in die Luft. Das fliegt alles in die Luft. Ja, weg da, das ist ein Kolosseum. Das sind noch vier. Die sind nicht gezündet. Soll ich die auch noch anzünden? Ach du Scheiße. Ja, so dann, so dann. Das kann weg. Boah, Starr. Boah, Starr. Okay, also hier sollt das jetzt nicht... Ich eigentliche schieße nur vom Ding. Alter, das sieht wirklich richtig gut aus jetzt, ne? Mach da noch so ein bisschen Feuer... Nein, 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 dann retalk macht da ein bisschen mehr Feuer hin. Junge, das wäre was, das könnte Rewi in seinem Shop anbieten, diese Dienstleistung. Warte, ich habe auch noch ein TNT. Eins würde ich noch hier so ein bisschen machen, Warte. Let's go. Oh, das war ja nix. Das könnte dann passieren. Nein, nicht den Boden, weil der... Also hier habe ich so ein bisschen gepusht. Warte, warte, warte. Muss ich ganz kurz was testen. Ich kriege mich ne Bombe. Randa, Heiko. Walla, ich habe ihm so ein Bombe gegeben. Boom. Abschuss. Heiko, hör doch mal auf, Mann. Also... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR